Oh, why always be, oh oh, like I'm Balutelli, oh oh, here we go, Elijella. Congratulations Elijas, I'm big fan and I see your video on YouTube. Why don't you see, oh oh, trying to call you Telli, yeah, yeah, yeah. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Elijella Cup, Dienstag, 1.2 gegen 2 Cup, Freunde, sehr, sehr geiles Turnier gewesen. Ich spoiler jetzt mal nicht, wer gewonnen hat, ich habe es auch auf kein Social Media Plattform gepostet, damit vielleicht für das Video das ein bisschen spannender ist, mal gucken, wie es ankommt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr es so besser findet, ich mache das jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Guckt es euch an, Freunde, für diejenigen, die fragen, Davis, Tabak und Noah konnten nicht dabei sein, Noah, Internetprobleme, sehr spontane Internetprobleme, der hatte das gefixt bekommen und dann wurde seine Leitung rausgerissen wegen Umzug irgendwas und dann ging es doch nicht. Tabak und Davis waren beide auf dem Bayern-Event, Amazon Prime hat irgendeine Doku über Bayern gebracht und die mussten oder wollten auch da sein, deswegen sind die nicht dabei gewesen, aber Davis und Tabak haben mir beide gesagt, sie sind gern beim nächsten Mal wieder da. Lasst ein Like auf das Video da, Freunde, wir versuchen die 20.000 Likes, würde mich freuen, lasst ein Follow da, wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, perfekt, beide Nachbarn machen irgendeine Scheiße schon wieder. Ja, ihr seid die Besten, ehrlich. Und nochmal Dankeschön, wie immer, für die Zahlen. Wir waren ungefähr 200.000 Leute, haben sich diesen Cup angeguckt, fast eine Viertelmillion Menschen. Das ist völlig verrückt, wir waren 50.000 Zuschauer im Peak. Vielen lieben Dank auch dafür und das ist einfach geil, wie die Cups immer wieder auf neue ankommen. Nächste Woche geht es weiter. Und Dankeschön auch nochmal an Pepsi Max, dass sie so viel Verständnis hatten. Nach der letzten Woche, da ist ja der Cup ausgefallen oder er wurde verschoben, weil es da Probleme gab. Sehr, sehr cool, dass sie am Start sind, Freunde oder am Start waren. Checkt die auf jeden Fall nochmal ab, Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. War ein sehr, sehr geiles Event und jetzt seht ihr nochmal einen Clip von Pepsi Max und danach geht es weiter mit dem Video. Das ist es, Freunde, 2 gegen 2 Cup. Gewinner kriegt die kompletten 2.000 Euro. Turnier ist gesponsert von Pepsi Max. Fabienne wird für Davis einspringen und Nick Lugi wird für Tamak einspringen. Es gibt noch eine Änderung, sehr hart, aber es ist so. Und zwar Noah. Ich habe vorhin, 15 Uhr habe ich mit Noah telefoniert, da war alles gut, er hat mich eingeladen. Um 17 Uhr musste ich nochmal mit ihm reden, weil wir das durchgegangen sind. Die haben bei ihm zu Hause irgendeine Leitung aufgerissen, unten bei seiner Straße. Und das backt sehr rum bei ihm. Also man kann theoretisch gegen ihn spielen, aber sein Stream würde wahrscheinlich oft offline gehen und ich hatte eine Einer-Ping gegen ihn. Da haben wir uns dazu geeinigt, dass wir ihn dann erstmal nicht mitspielen lassen oder er wird nicht mitspielen. Und er wollte erstmal in Salzburg Trainings, Salzburg hat auch so einen E-Sport Raum, da wollte er hinfahren. Habe ich mich darum gekümmert, habe da angerufen, meinte, ob er da hin kann. Die meinten, ja, er kann hin, aber da kann man nicht streamen, ist das Problem. Und deswegen hat es dann wenig Sinn gehabt. Also momentan kann man da nicht streamen, weil da irgendwas geändert wird. Auch kein Vorwurf an die. Dafür wird Niklas Neo einspringen, Freunde. Ich habe überlegt, wir machen einen kompletten Fußball-Cup, das ist einfacher mit Fußball-Profis. Da habe ich mehr Zeit und kein 2 gegen 2, weil beim 2 gegen 2 ist das Problem, dass sich der Partner da angearscht ist, wenn der andere halt Faxen hat. Das heißt, die Teams sind Fabienne, Eldos, Willi, Umut, Sidney, Doolenmaik, Sandro, Laoppa, Pipeku, Payne, Musti, Pro und Small, Nassim, Lenny, Erne, Timox, Noah, Henso, Nick, Lugi und Pazzo, Ebru und Fifi, Fabio, Moki und Foki. Das sind die Teams, Freunde. Wahrscheinlich fragen sich auch ein paar, wie das hier zustande gekommen ist. Hello, my friend. Directly from Fabrizio Romano. It's here we go. Elijella. Ciao. Elijella. Fabrizio, Freunde. Fabrizio ist ein Jürgenbürger. Nee, den Kontakt habe ich durch Noah. Ich habe ihn gefragt, ob Fabster was machen würde für mich. Und er meinte, ja klar, kein Problem. Und dann hat er das aufgenommen. Die Ergebnisse werden zusammengerechnet. Also die E-Sportler spielen gegen die E-Sportler. Die Content Creator spielen gegen die Content Creator und Fußballprofis. Und die Ergebnisse werden zusammengerechnet. Das heißt, einfaches Beispiel für die, die es nicht checken. Nassim spielt jetzt gegen Ebru. Nassim gewinnt 2-0. Aber Fifi, Fabio gewinnt 3-0 gegen Lenny. Dann gewinnt Team Ebru, Fifi, Fabio und bekommt drei Punkte. Die ersten drei kommen weiter, Freunde. Der erste ist direkt im Halbfinale. Der dritte spielt gegen den zweiten aus der anderen Gruppe. Und ja, Digga, Willi spielt sich auch selber mit seiner Bronze-Karte. Der zieht es durch, auch bei diesen Cups. Umut führt gegen Null, Mike. Und man sieht nur seine Stirn. Ja, Stirn war klar, wie es los war. Aber ich finde es immer wieder interessant. Fabian führt 1-0. Gegen wen spielt denn Fabian? Gegen Peyn. Peyn, ich bin wieder am Lauf, Freunde. Willi spielt hier gerade gegen Sydney. Und Willi, jedes Mal, wenn ich rüber geschaltet habe, Willi macht hier ein gutes Spiel. Und die Zunge ist wieder am Ackern. Die Zunge ist, das war am Ackern, Freunde. Frauen lieben ihn. Ja, der Mann. Wobei, ich weiß, aus sicheren Quellen, ich weiß, dass Willi vorher, ich weiß, dass er das nicht macht. Aus sicheren Quellen. Ich habe nicht immer alles auf dem Schirm. Er ist gegen Ebu. Gegen Ebu und er macht das 1-1. Ebu gegen Mocki, das ist aber auch ein cooles Spiel. Oh, mal gucken, ihre Reaktion zum 1-0. Zeig mal her, Ebu. Was heißt nochmal, A, B auf, wenn man Weib nicht? Abla. Abla. Ebu Abla. Zeig mal her. Reaktion. Zeig es mir. Ich sage kalt wie Fabienne. Da gab es unten Durchpuster. Sandro liegt 1-0 hinten gegen Prohns. Der Mann hat Cristiano Ronaldo wegverteidigt. Da könnte er auch eventuell Prohns wegverteidigen. Sandro hat letztes Jahr schon 30-0 geholt. Mo, 3-1 führt er. Sandro führt, äh, Prohns führt 1-0. Das heißt, overall 4-1. Nassim führt 1-0. Freunde, könnt ihr auch gerne einen Follow bei ihm da lassen. Fußball-Profi von Ingo Stolt war letzte Saison bei Schalke. Und spielt jetzt gerade gegen Ernesto. Und er führt 1-0 gegen Arne. Ich schalte noch rüber zu Willi. Da müsste die Zunge haben. Uh, Fabienne liegt 2-1 hinten. Was macht Eldos? Eldos führt 1-0. Das heißt, overall 2-2. Niklas Neos 1-0 hinten. Wenn ich das rausfinden würde von meinen 20 Streams, wer es ist, könnt ihr es dir so sagen. 4-1, Digga. Dullen, Mann. Liegt 4-1 gegen Umut hinten. Das heißt, eigentlich müsste Willi nur verwalten. Boah, Prohns immer noch 1-0, Digga. Schon 80-7-Minute gleich. Ebu 3-1 hinten. 2-0 Prohns gegen Sandro Loper. Ey, ich gehe unten in den Discord bei Eldos und Fabienne. Reden die? Eldos, es tut mir leid. Hallo? Ja. Ey, Eldos, Fabienne, wirklich gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Ja, ein paar Tore mehr. Du hast einen österreichischen Anker. Du hast einen österreichischen Anker an der Kniekehle. Ich möchte, dass er sich auch entstummt. Eldos, es bringt nichts zu heulen. Du musst jetzt aufwachen. Aber wir gucken uns das mal bei Willi an. Digga, Willi muss doch einmal gegen Fabienne gewinnen. Und Umut spielt gegen Eldos. Bruder, was ist denn mit Umut los? Guckt euch die Stirn an, Freunde. Was ist denn mit Eldos los aber auch? Irgendwie, das paart sich. Was ist das? 1-0 für Fabienne. Fabienne hat Eldos im Rucksack, Freunde. Payne muss carrying jetzt. Aber Payne auch 1-0 hinten. Payne 1-0 hinten, Freunde. In St. Pauli und in Wurund. Payne weiß ich gerade nicht. Brenz. Fabienne 2-0 gegen Willi. Fabienne für 2-0? Bruder. Und Umut 2-0 gegen Eldos. Was passiert hier, Digga? Alter, die haben sich gegenseitig im Rucksack. Junge, was ist das für ein wilder Spieltag? Willi liegt 2-0 hinten, Freunde. Aber Umut führt 2-0 gegen Eldos. Also ist Overall 2-2. Das hast du mir jetzt zum vierten Mal gesagt. Aber ist kein Problem. Mal weiter so. Digga, ich... Und 3-0. 3-0, Fabienne. Wir brauchen Feuerlöscher im Mannheim, Chad. Äh, Musti verliert 3-1. 3-1. Das heißt, Overall steht es 4-1. Und Eldos liegt 3-0 hinten. Was passiert hier? Das gibt es nicht, Mann. Oder die spielen Fehlpässe. Das ist der Wahnsinn. Eldos gebrochen. Wirklich? Sünden, er ist ein Anker. 4-0 liegt da hinten. Das Ding ist durch. Dinkst du hier, Spookies parken? 4-0? Ja, Bruder, ja. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0 gegen Eldos. Und er hat nicht mehr die Stirn in der KML. Er hat nicht, Freunde, es ist die Stirn. Wenn die Stirn nicht mehr in der KML ist, weißt du, das Spiel ist durch, Digger. Digger, Umut hat 4-0 gegen Eldos gewonnen. Oh mein Gott, ich verinnah. 2-0 im Discord. Fabienne hat mich so an die Wand geklatscht. Aber Umut hat dagegen getreten. Wie viel das zugeschweigt? Wir haben gewonnen. Wir. Super. Wir haben gewonnen. Ja. Oh, ey, das ist im Laufein. Ey, das ist richtig im Loch, Digger. Die Spiele gehen aber durchgehend weiter, oder? Die gehen, die gehen, ihr könnt euch immer einladen. Der Zug hat keine Bremse, es geht die ganze Zeit weiter. Okay. Eldos, du wach. Eldos, du hörst dich da unten so traurig an. Jetzt steh doch mal auf, Digger. Ich bin nicht, ich erzähle mich nicht. Eldos, das ist scheiße, Digger. Steh auf. Du musst den Leuten beweisen, dass du besser bist. Ich hab den Zudokov letztes bekommen, aber was war das gerade? Ey, du kannst nur hinten gegen Musti gerade. Es gibt auch mal Glück im Leben. Du spielst jetzt gegen Mo, weißt du, gegen Mo wird es nicht gerade einfacher. Dolmach liegt auch 1-0 hinten gegen Pipe Crew. Oh. Das heißt, Team Sydney, Dolmach, die werden gerade sehr ins Loch gestoßen. Oh. Und 2-0. Sydney liegt auch 2-0 hinten. Alter. 3-0 hinten. Er näht 2-2, Freunde, gegen Niklas Neo. Niklas Neo auch ein guter. Willi, immer noch 1-0 vorne und die Zunge ackert wieder. Aber richtig. Oder Team Ox liegt 2-0 hinten gegen Lenny, glaube ich. Ne, gegen Henso. Mit beste Freunde. Henso liegt für 2-0. Wir bleiben mal bei Mo, Freunde. Wir gucken uns Mo gegen Eldos an. Mo gegen Eldos. Und Eldos ist klipzig und führt 1-0. Willi führt 1-0 gegen Payne, Freunde. Dann hat Overall gewonnen. Oh, warte mal. Willi 1-1, glaube ich. Oh mein Gott. Wie hielt er den? Fokus, du hast ein langweiliges Spiel, 0-0. Passiert nichts. Keiner. 2-1 führt Eldos gegen Mo. Eldos hat aber jetzt mal ein paar Boletten geschossen. Also wir müssen mal warten, bis man sagt, okay, jetzt kann man das machen. Das ist halt aber sehr limitiert. Oh, 2-2 Mo. Sydney 3-0. Sandro Laupert tritt drauf. Boah, Sandro Laupert tritt drauf. Aber was ist denn mit Sydney los, Bruder? Oh, warte mal. Der Glatzkopf hat was. Bruder, ich glaube, das hier ist ein richtig krasses Spiel. 3-3. Oh, noch einer. Ey, die spielen coolen Fußball. Guck mal, wie glipzig das aussieht bei denen. Tor. Ne. Wenn das hier 1-0 bleibt. Ja, okay. Sydney telefoniert. Dolmach ist im Loch. Prohans spielt. Mo 3-3. Pain. Wir schalten mal, wir klicken hier mal durch bei jedem. Ist hier noch jemand ins Spiel? Ich glaube nicht. Ernesto ist im Spiel. Hat gerade angefangen. Aber es liegt ganz klar an Erne, seine Leitung. Aber er kann halt nichts dafür. Das ist Vodafone. Willis Zung ist wieder am Ackern, Freunde. Digga, die ganze Zeit der Mann. Wenn die dieses Spiel gewinnen, sind sie so gut wie weiter. Prohans. Also Willi muss irgendwie gegenhalten gegen Prohans. Und Umut muss versuchen, hier das Spiel zu gewinnen gegen Mo. Sydney ist schon wieder am Loch, sagst du? Sydney liegt 1-0 hinten. Gegen Payne. Dolmach führt aber 2-0. Das sind die ersten Punkte. Fabian liegt 1-0 hinten. Wir können sie, glaube ich, nicht mehr. Wir können alles nicht mehr auffangen. Am Anfang hatte Fabian ein bisschen im Rucksack. Jetzt haben sie beide gar keine... Und 1-1 Eldos. Ich bin ein sehr guter Umschalter. Gegen Pipe Crew. Pipe Crew, Freunde, die sind so krass offensiv. Ich schwöre, offensiv sind die super. Also defensiv sind die auch super. Aber ich finde... Die Glanze führt gegen die Stirn. Die Glanze führt gegen die Stirn. Eldos führt übrigens auch wieder 2-1. Mo führt 1-0 gegen Umut. Umut hat super gespielt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ne, die spielen... Also einer spielt, aber die spielen zusammen als Team. Wenn jetzt... Ihr wisst, was ich meine. Die Ergebnisse werden zusammengereichtert. Oh, macht der so... Schieß doch! Ne, der meinte, es spielt nur einer bei Pipe Crew. Ja, Leute, also... Ach ja, es spielt nur einer. Ich weiß. Willi 1-0, Tor in Mannheim. Willi führt 1-0 gegen Pro und... Ja, war 2-1 für mich. Halt den an. Wie viel steht es bei Fifabio? Fifabio gegen Lenny. 2-1 Lenny immer noch. Lenny am Rucksack. 2-1 Lenny, das heißt... Overall steht es 4-4. Kurze Blutgrätsche. Eldos hat 3-1 gegen Pipe Crew gemacht. Eldos führt 3-1. Damit ist Fabienne und... Okay. Hä, aber wo bist du? Äh, nee. Ach so. Äh, nee, ist scheißen. Ach so. Äh, das ist der Dope, Digga. Eldos 3-1. Fabienne... Oh, Fabienne macht ja fast das 1-1. Die führen noch, ne? Die führen mit 2 Toren Abstand. Umut... Die könnten Umut 2-2. Das heißt, Freunde, overall steht es 3-2 für Team Willi und Team Umut. 3-1 gewinnt die Frau gegen Nassim. Ich glaube, Fifabio, da stand es auf jeden Fall unentschieden eine Zeit lang. Fifabio 2-1 verloren. Das heißt, die haben overall gewonnen. Emo hat Fifabio im Rucksack. Overall gewonnen. Sehr strong. 2-0 in Mannheim. 2-0, was los, was los, was los, was los, was los, was los, was los. Sydney ist so gut wie raus, ne? Sydney spielt... Sydney führt 2-0. Näh. Doch. Gegen Fabienne. Was ist hier los? Ey, der Mann ist so eine Wundertüte, ich sag's dir ehrlich. Aber Fabienne, die sind auch schon rausgeflogen. Das heißt, die können sogar noch rausfliegen, ne? Also Willi kann noch rausfliegen. Ja, Theorie. Ich sag dir ehrlich, so unwahrscheinlich ist das nicht. Wirklich nicht. Mo muss verlieren mit seinem Team und Willi muss auch verlieren. Und Umut liegt eins nur hinten. Gegen Pipekuh. Wenn hier jetzt ein Tor passiert, Freunde, gegen Mo. Und es sieht danach aus. Oh mein Gott. Stand jetzt Willi und Umut draußen. Willi macht ja aber einen guten Job, ne? Es ist so scheiße, gegen Willi zu spielen. Guckt euch das mal an. Da wird auch keine Spieler... Und er spielt mit sich selber, Freunde, auf Rechtsverteidiger. Also wenn Payne und Musi gewinnen, haben die 12. Und dann wird unter den drei eine eigene Tabelle gemacht. Und da sieht es gerade aus. Oh, die haben plus 18 Torverhältnisse. Ne, was ist denn das? Eine 16. Die haben minus 3 und die haben plus 5. Hilfe. Ja, ich bin ja gerade in einer anderen Gruppe am Recht. Und Umut liegt 0-2 hinten. Nein. Umut liegt 0-2 hinten. Ich glaub 2-1. 2-1. Pipekuh 3-1 gegen Umut. Elders gegen eine 4-1-Klatsche von Dullen, Mike. Hilft das denen noch? Hilft nicht, ne? Beide... Elders raus, Freunde. Ich mach hier ein paar Tabs zu. Elders raus. Fabienne raus. Ne, und... Dulle gegen Payne. Willi... Oh, Mann, ne? Willi 1-0 hinten. Willi 1-0 hinten? Oh, oh, oh. Willi 1-0 hinten, Freunde. Das sieht gar nicht gut aus. Damit sind sie overall 4-1 hinten. Und sie haben minus 3 Torverhältnis. Umut verliert 3-2. Willi verliert 1-0. Ergo... 2 Tore hinten. Willi verabschiedet sich ja auch grad aus dem Turnier, Digga. Die fliegen richtig... Oh, mein Gott. Lass sein bei mir 3-3. Ja, Bruder, er spielt drunter bei mir. 3-3? Wenn es so bleibt, dann ist direkter Vergleich. Muss ich haben noch 3-1 gemacht. Ist das gut oder schlecht für uns? Das ist... Weiß ich gar nicht. Die, also ich weiß es nicht. Ja, die haben doch das erste Spiel schon gegen Aura. Es ist endgültig. Es ist endgültig. Es ist endgültig. Ihr seid weiter. Ihr seid weiter. Ey, Umi, das ist deiner, ne? Das ist das 5-0. Die sehen alle gleich aus. Hadelan, Hadelan. Oh, wow. Evo führt? 1-0. Hat sie Reversal? Hat sie gut gemacht? Reversal? Ganz, ganz, ganz pervers. Bruder, sie hat FIFABIO so im Rucksack. Sie gewinnt fast jedes Spiel bei sich, ne? Mocky führt 1-0. 2-0. Oh, fast. Der geht nicht rein. Mocky führt gegen Erne. Und damit ist Stand jetzt. Erne safe raus. Evo 2-0. Sie führt 2-0, Freunde. Gegen Niklas Neo. Der ist nicht schlecht. Wie sieht es denn aus da bei Niklas Neo? Ich will mit Evo dann im Discord. FIFABIO 1-0 gegen Hensel. Und Nassim 3-0. Nassim führt 3-0 gegen Niklas Neo. Die sind safe Erster. Gegen Nikluti. Pazzo führt aber. Jetzt mit zwei Toren. Aber die sind schon draußen. 3-1. Oh, jetzt Ausgleich. Ausgleich. Und damit ist Evo Gruppen Erster, glaube ich. Nein! Stand jetzt ist Evo und FIFABIO Erster. Wer ist Zweiter? Nassim und... Nein! Du bist jetzt größer Nassim-Supporter. Aber er ist der Einzige... Oh, jetzt musst du in die Mitte spielen. Oh mein Gott! Und der ist noch. Er ist am Lauf. R1-X passt, der immer ankommt. Und jetzt auf einmal nicht. Aber was hat der gedruckt? Sicheres Tor. R1-X anscheinend. FIFABIO führt 2-1. Ja, okay. Die sind... Ja, das ist sowieso durch. Das ist das K.O. Bracket, Freunde. Musti und Payne sind schon im Halbfinale. Der Gewinner von dem Spiel. Nassim gegen Lenny und Willi gegen Umut spielt hier im Halbfinale gegen die. Und hier unten ist Evo und FIFABIO. Die spielen gegen den Gewinner von Mocki Foki. Nee, Eli, ich wollte mich nochmal verabschieden. Danke, dass ich mitmachen durfte. Danke. Kein Problem. Stören ist wieder da. Wenn jetzt nicht die Stören da ist, Freunde, wann sonst? Guter Ball. Oh. Foki führt gegen Mo. Könnt Foki auch gerne... Könnt bei allen immer einen Follow da lassen, Freunde. 1-0 Umut. 1-0 Umut. Oh, Umut führt 1-0? 3-0 Umut. Prawns immer noch 0-0 und Mo liegt 2-0 hinten. Hey, guck mal, solche Pässe gibt's nicht, wenn's nicht delayed ist. Bro, Mo muss ein Ton schießen und Prawns muss irgendwie ein Ton schießen. Aber sowas geht schnell in 2 gegen 2. Prawns muss da was machen. Weil Mo kann nicht. Mo kann nicht. Oh, er macht's. Nicht. Er macht's. Er macht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich quitte. Das macht keinen Sinn. Oh mein Gott, bei Rolle. Ja, es macht keinen Spaß. Junge, Danny hat aber auch so ne kurze Zündestruhe, ne? Redig ist für den Normalen. Ja, Mann ist so auf guter Nacht. Aber das hier ist geil. Da war die geil. Umut führt 3... Ausgleich. Ausgleich, Umut. Aber da sind noch 4 Minuten zu spielen. Bei Willi? Ne, ne, bei Umut. Umut muss wetten vielleicht. Oh, er kriegt 90. Minute Ausgleich. Es geht ins Goal und Goal, Chad. Oh, Scheiße, Alter. Es geht ins Goal und Goal. Außer Umut, mach den jetzt rein. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Goal und Goal. Aber wer spielt dann? Es wird gelost. Also ich werfe ne Münze. Ebro und Fifabio gegen Mocki und Foki ist safe. Ja. Das andere ist jetzt Viertelfinale, Freunde. Ich mache einen Ausloser. Es wird Goal und Goal sein. Also wir machen E-Sportler ist Münze und Content Creator Fußballer ist Zahl. Ich möchte die Münze erstmal sehen, bevor es unter deinem Tisch da wieder hinten tippt. Hier. Und was, nochmal was, Evi? Also E-Sportler ist Zahl und Content Creator Fußball Profi ist Kopf. Okay? Es geht los. Sind Sie ready? Oh, mein Gott. Komm, um, um, um. Wer war was? Wer war was? Zahl ist E-Sportler? Ja. Und es ist der Kopf. Nein, nein, nein. Es ist der Kopf. Es ist der Kopf. Ey, Aja. Wer hat das? Willi, du machst das, Willi. Das wird Willi. Machst das. Kopf ist Nassim, Zahl ist Willi. Nicht schummeln. Zahl. Wer hat? Nein. Willi hat, ne? Jawohl. Willi hat bei. Zahl ist Willi, ja. Willi hat bei Golden Goal, Freunde. Willi ist zum Vergleich zum letzten FIFA schon deutlich besser geworden. Finde ich auch. Ich finde, der spielt viel besser. Der verteidigt viel besser auf jeden Fall. Finesse, Digga. Warum finessen die nicht? Schieß. Wenn man auf sich zurückgeht. Boah. Oh mein Gott. Mach, Junge. Lass mich. Let's go. Mama. Let's go, Junge. Wir sind scheiße. Let's go. Nassim müsste gebrochen sein. Let's go. Nassim ist gebrochen. GG. Nassim ist gebrochen. Aber GG's, Freunde. Ebu gegen Moki. Fifabio gegen Foki. Payne gegen Willi. Und Musti gegen Umut. Hey, du bist so drin, ne? Sagst du, der läuft gut. Und Umut führt 1 zu 0. Auf jeden Fall. Ebu macht das, glaub mir. Umut führt 1 zu 0 gegen Musti. In Türkei. Ist okay so. Schusskennzeln, sag ich jetzt schon. 1 zu 1, Payne. Also 1 zu 0. Macht er gut. Digga, Payne ist so ein Suchtkopf dieses Jahr. Aber guck mal, ey, ich sag dir so, wie es ist. Musti 1 zu 1. Foki 0 zu 0, Freunde. Ebu rönt aufs Torzum. Guck auf zweiten Pfosten. Oh mein Gott. Guck, 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 guck. Oh Gott. Willi, Willi an Pfosten. Overall fühlt grad Payne. Payne und Musti. Umut muss jetzt zeigen, dass er Suchtkopf ist. Das muss er jetzt beweisen, Digga. Ebu 1 zu 0. Führt sie? Oder diese Frauen, ne? Ehrlich, super. Bruno. Sie führt gegen Moki, Freunde. E-U, Foki. Mitte, wenn du willst. Oh, er muss in der Mitte spielen. Bist du bei Willi? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moki hat das 1 zu 1 gegen Ebu. Moki 1 zu 1? Ja, Moki hat das 1 zu 1. Geh auf Moki stream. Geh auf Moki stream. Ja. Boah, das ist komisch. Ja, safe, ne? Safe, abgeblockt. Komisch. E-U, Mario. E-U, 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 E-U. E-U, E-U, E-U. E-U, 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 E-U. Oh mein Gott. Jonas 3 zu 0. Oh mein Gott, 3 zu 0. Weiß ich nicht. Das ist auch echt kacke, ne? Willi wollte nicht gegen Pay. Ja, aber du darfst nicht mit so einer Einsternung da rein. Das ist hier auch kein Punch-Konzert. Da muss er nicht. Wenn er nicht gegen Pay, dann muss er nicht. Oder was? Ist das Halbfinale so, ja? Ist das Halbfinale, was soll ich dir erzählen? Hey, warte mal, da muss ich... Aber ich sag dir ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so ist. Ich dachte wirklich Mo Proons, ich dachte Sidney Dolenmaik, ich dachte Fabien Eldos. Das dachte ich. Ich wusste bei mir, dass es nicht wird. Nee, alles gut. Nee, war so ein Anker heute. Kriegt noch einen, oder? Das Spiel ist durch bei Ebro, 1-1. Ich könnte sagen, er ist eklig, aber keine Beleidigung. Hey, diese Partiepiste. Oh, Juni, das tut mir so leid. Oh mein Gott. Guck mal, wie er es zurückhalten muss. Ja, ja, ich schwöre, er hat schon die Faust geballt, Digga, war so kurz davor. Boah, da war so früh jetzt ein Schlag auf dem Tisch davor. Boah, ich schwöre, aber wenn man das dann nicht rauslässt und irgendwas zerdeppert, dann ist das noch viel schlimmer. Willi ist auch gebrochen. Umut auch rausflogen. Willi ist bester vorn? Ja, ja. Finale ist Payne und Musti gegen Mocki und Foki. Bruder, das ist so verölt. Ich glaube, da werden viele Tore fallen. Ja, ich glaube auch. Digga, Foki spielt so komisch. Er spielt so voll viel mit Flanken und so. Richtig am Ruh. Die sind aber echt okay. Ein Tor machen, egal, du wirst sehen. Ja. Der hat doch auch irgendwie, das heißt doch auch die Filti Plandi oder sowas. Mann, irgendjemand macht einen Pass, Digga, und alles heißt so, wie man... Ich schieße, ich mache Time-Finish, Digga, und ich nenne das Ding Galashot. Ich glaube auch nicht, dass das vorher vor mir auch noch nie jemand gemacht hat. Ja, das macht er aber wirklich auf. Guck mal, wie er schießt. Sind's für Pässe? Ja, er macht das die ganze Zeit. Das wird passieren, ehrlich. So dum. Im Schulbus. Hä, wie scheiße, was ich früher wusste. Was ist das denn? Das muss sich richtig scheiße anfühlen. Nee. Mocky spielt so sicher. Oh. Ja. Mocky bis jetzt die ersten Chancen im Spiel, Freunde. Mocky streamt ohne Facecam übrigens. Vielleicht sitzt er auch, weiß ich nicht, anders unterm Tisch. Aber die spielen halt nochmal extra veröter, weil es hier jetzt das Finale ist. Du willst keine Fehler machen. Digga, es ist noch kein Tor passiert bei beiden Spielen. Ich wusste das, ne? Kein Tor bei beiden Spielen. Und er macht's. Boah, Digga. Digga, Foki-Plank, ne? Was ist das für komische Pässe? Halbzeit bei Foki und Dings. Digga, ich will das Spiel kommentieren, aber da passiert nichts. Da passiert einfach. 1-0 Pain. 1-0 Pain. Guck, das müssen sie viel öfter machen. Mit einem Kackschuss. 1-0 Pain. Ich sprün getroffen. Das war ein super Schuss. Hat aber Musti, finde ich, im Griff. Also Musti kommt nicht wirklich nach vorne, finde ich. Ich kann es mir hier angucken. Ah, hier, jetzt ist das Tor. Meine Katze hört einfach auf ihren Namen schon. Das ist so cool. Ist sie schlau? Ist sie nicht so wie Sunny? Nein. Oh, Musti. Lange Ecke. Fik auf 2. Oh mein Gott. Tumor Hoki. Ein Tor und es gibt hier ein Grund. Oh mein Gott. Jetzt wird's hitzig. Cool. Jetzt wird's hitzig. Die Katze ist wieder aus dem Sack rausgesprungen. Sie ist rausgesprungen, Freunde. Foki hat eine Idee. Und such Krisch irgendwie. Er sucht ihn. Er findet ihn. 2-2. Let's go. Mein Gott. Finale Coinflip. Let's go. Oh mein Gott. Jonas hat noch Zeit. Jonas hat noch Zeit. Oh, Musti. 2-9. Musti. Musti. Oh mein Gott. Ja, toll. Pain 3-2. Pain 3-2. Musti auch tun. Musti auch tun. Musti auch tun? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Joop. Koray, schade. Koray, sag den Satz bitte noch mal. Der Edi Geller Cup, Männer. Er schreibt wirklich deine eigenen Regeln. Digga, es ist zeitgleich ein Tor in beiden Spielen passiert. Oh mein Gott. Digga, was ist eigentlich mit Pain los? Er ist einfach Messi in FIFA 22, ne? Bruder, Pain holt sich den, ganz kurz mal, Neo hat dreimal den Edi Geller Cup gewonnen. Von drei Cups. Von drei. Ehrlich, ehrlich, alles gut. Neo, ich wollte nochmal fragen, ob es dann nochmal Aktien zu kaufen gibt eventuell. Ob wir uns dann nochmal an einen Tisch sitzen können. An einen Tisch nochmal. In drei Wochen dann nochmal das neue Video. Mein zweites E-Spot. Mein zweites E-Spot. Elias, dankeschön. Geil ein Problem, Sascha. Hey, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Geil ein Problem, Foki. Mach weiter so. Ist jetzt ein bisschen schocker, die Finalisten. Ich habe eine Frage für einen Freund. Wie viel kostet dieser Pelé? Der kostet sechs Millionen, glaube ich. Ah, okay. Ja, nee, warte. Dann muss ich zweimal mein Team verkaufen. Der war gut, ne? Sag mal her. Ja, der war gut. Kann ich dir ganz genau sagen, wie teuer der Mann ist. Pelé kostet 6,8 Millionen. Alter. Mocki und Foki, danke nochmal für die Teilnahme hier am Turnier. Und danke, das ist ein bisschen bitter jetzt im Finale. Aber nächstes Mal vielleicht, Freunde. Nächstes Mal. Kann passieren. Ich habe jetzt zweimal hintereinander ein Finale verloren. Echt? Ja. Ich habe den Fußballer Cup gewonnen, dann mit Tabak im Finale verloren, wo Nick Lugi und Dings Golden Goal gemacht haben, Willi. Und jetzt Finale mit Foki verloren. Bei mir wäre das jetzt Back-to-Back-2-Gesicht gewesen. Ich habe ja mit Sydney gewonnen, das letzte Mal. Das bin ich, Leute. Ich bin Sydney. Ich habe schon mal gewonnen. Bei ihm musst du, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten, ehrlich. Ich muss, ich ist der Besten. Habt ihr das mitbekommen am Ende? Oh, das ist so süß. Denn Biden hat vorgemacht. Ja, auch nicht. Aber ich stand mal zwischenzeitlich unentschieden. Ihr habt auch zeitgleich fast einen reinbekommen. Das war verrückt. Payne, die Nummer von Kenneth hast du. Musti, die Nummer von Kenneth hast du sie? Natürlich hast du sie. Ja. Könnt ihn gerne schreiben. Ihr seid wieder 1.000 Euro reicher geworden. Ihr könnt euch auch aufteilen, wie ihr wollt. Könnt von mir aus auf 1.8 und der andere 200. Ist mir egal. Macht mit den 2.000, was ihr wollt. Eli, gibst du mir noch Adresse für den feuchten Händeschlag? Den gebe ich dir auch noch mal. Ja, das ist halt, beim 2 gegen 2 kann man das nur so machen. Das ist der Game, ja. Na gut, kein Problem. Jungs, Musti übrigens quatsch, dass du nichts von Elevate heute anhattest im Street. Hab ich doch. Hat er? Ach so, ja, sieht man gar nicht. Weil du die ganze Zeit mit deiner Stirn da vorne warst. Ja, jetzt ist. Ich denke, ich habe nur deinen Kopf die ganze Zeit gesehen. Geh jetzt hier noch mal kurz stumm. Wir sehen uns, die Tage. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ich bedanke mich für das sehr geile Turnier, Freunde. Vorhin 50.000 Zuschauer gewesen. Ich glaube, die ganze Zeit eigentlich über 40.000. Es war so schwer zu casten. Ich mache das nicht noch mal. 2 Sechsergruppen mit 2 gegen 2. Das ist zu hart. Man kommt sehr doll durcheinander. Ich glaube, das habt ihr auch einige der meisten gemerkt. Aber dann in der K.O.-Phase war es dann entspannt. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, die hier waren, Freunde. Weiß ich sehr zu schätzen. Ihr könnt noch mal alle ein Follow bei Pepsi Max da lassen, die dieses Turnier hier gesponsert haben. Ohne solche Sponsoren wären die Cups nicht stemmbar. Vielen Dank an alle, die hier supportet haben. Weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, Freunde. Ich freue mich, dass es wieder so gut ankam. Das, was im Video, Freunde, gewonnen hat Payne und Musti, waren sehr spannende Finals. Ich mache das nicht noch mal mit der Gruppenphase mit 6 Leuten. 2 gegen 2. Weil man bekommt da nicht so viel mit. Normalerweise sind ja 5 Gruppen und dann hat ein Team frei. Und das sind dann in Anführungszeichen nur 8 Spiele oder so oder 4 Spiele. Das geht aber nicht. Das war viel zu viel. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und kurz geht raus, Freunde. Und ich muss. Und ich mache das Video. Vielen Dank.